Gemeinsam mit euch möchten wir Adam heute vor dem Spiel gedenken. Dafür haben unsere Spieler, die am Samstagabend im Mannschaftsbus vor diesem Furtballunglück erfuhren, ein Prozedere festgelegt, welches Adam Johnsons Karriere würdigen soll. Das bekannte Intro mit Einzeneinlauf wird es heute nicht geben. Unserer Mannschaft war es wichtig, Adam die letzte Ehre zu erweisen und sich dafür selbst einzubringen. Aus Respekt vor Adams sportlichen Leistungen soll heute vor Spiel beginnen nur der Nachname Johnson laut durch das Konferenzelstadion ein. Liebe eiserne Fans, ich bitte euch, die beiden Mannschaften und unsere heutigen Schiedsrichter mit einem großen Applaus auf dem Eis zu befinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt bitte alle zusammen mit der Nummer 27, Adam Johnsons! Und jetzt bitte euch, die beiden Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt bitte euch, die beiden Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt bitte euch, die beiden Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt bitte euch, die beiden untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt bitte euch, die beiden und die beiden Und jetzt bitte euch, die beiden Und jetzt bitte euch, die beiden und jetzt bitte euch, die beiden Johnson auf der anderen Seite, Johnson 4-0 Es ist ziemlich verrückt. Die Leute hier sind ziemlich cool. Ich kann nicht glauben, wie sie hier im ersten Spiel sind. Und wie leid sie sind und wie sie einfach in die Welt sind. Es hat viel Spaß zu spielen. Und ich hoffe, dass wir hier gewinnen können, damit sie in die Welt bleiben können. Es war immer Adams größter Wunsch, Eishockey-Profi zu werden. Mit starken Leistungen auf dem College schaffte er den Sprung in die Organisation der Pittsburgh Penguins. In der Saison 2018-2019 absolvierte er seine ersten Spiele in der NHL und erfüllte sich damit seinen Kindheitstraum. In seinem Highlight-Start Minnesota vor den Augen seiner Familie erzielte der US-Amerikaner in der Saison 2019-2020 im Trikot der Fans dann sein unjubeltes erstes Tor in der besten Liga der Welt. Über die Stationen Michael Redhawks, Ontario Rain und Lehigh Valley Phantoms wechselte Adam 2022 zu den Augsburger Pantern. Zuletzt war er einer der Starspieler der Nottingham Panthers. Adam liebte unseren wunderbaren Sport und er genoss, wie alle Spieler, die Atmosphäre in den Hallen und den Beifall von den Rängen. Deshalb lasst uns einem wunderbaren Menschen ein letztes Mal mit einem tosenden Applaus und großen Jubel gedenken. Applaus Dr. Böhm Dr. Böhm Dr. Böhm Dr. Böhm Oh Leigh, Oh Leigh! Als ich zu einem Schreck als Seinbaum entdecken, der sich von der Süßenbaum entdecken, sich von der Süßenbaum entdecken, dem wir hier im Schreck als Leben sind. Wähler die Süßenbaum entdecken! Das war eigentlich das, die Süßenbaum entdecken, die Süßenbaum entdecken! Was kamt? Ich schreck ¡ innerhalb! Die Süßenbaum entdecken! War mit dem Schreck ¡Hiergeschmack! Gürten Meldet! Mit dem Schreck! Du sei Lange! Du sei Lange!